Startschuss zum letzten Lauf, sozusagen zum Finale. Über 200 Meter der Männer mit einem starken Start von Gillo Reinhard-Marcano, Hauptgebahn 5, Alex Kees, Gang-Volgen vom TSV-Shop Mainz. Gillo Reinhard-Marcano hat noch eine weg, Alex Kees, der Rundverhebner, Max, der hat jetzt noch nichts bei jedem entschieden. Gillo Reinhard-Marcano hat noch eine weg.